In der zweiten Folge von Kampf der Realitystars enthüllt Paul Jahnke, dass er über Jahre eine Freundin hatte. Dass er die einzige Beziehung nun öffentlich machte, gefällt seiner Ex-Freundin gar nicht. Auf RTL-Nachfrage bezog Katrin Bösch nun Stellung. Ich finde es schade, dass Paul Jahnke ungefragt unsere Beziehung benutzt für PR-Zwecke, um mediale Aufmerksamkeit zu erzielen.